Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir, Dave Torben und mit dabei ist heute der Tobi. Hallo Tobi. Hallo Torben. Hallo Tobi. Wir spielen heute auf dem Web Rustic, Größe 4x2, da wir logischerweise zu zweit sind, weil Flore ist heute nicht dabei. Schade aber auch, ne? Äh, ja, der ist in Köln. Für drei Tage. Achso, Klassenfahrt, ne? Ja. Äh, Abschlussfahrt, äh, ja. Klar. Jo, nächste Woche sind wir auch schon in Dublin, ne? Jo, krass noch. Müsste man eigentlich mal vorproduzieren. Müsste man rein theoretisch machen. Wie viele Tage sind wir da? Fünf oder sechs? Fünf. Fünf. Wir sind von Sonntag bis Freitag. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen, da irgendwie Videos vorher zu machen. Hoffentlich. Okay, Rustic. Wir machen jetzt einfach kurze Videos. Rustic geht ab. Ja, genau. Richtig. Ähm, und Leute, ihr seht schon, es ist ein bisschen anders alles hier. So die Items und oben in der Ecke so ein Timer. Ähm, weil... Tobi und ich haben uns den Labymod installiert. Oder Labymod oder Labysmod. Oh, kacke. Hey, guck mal, ich kann dich als Friend editen. Tobi, es hat sieben Blöcke geklappt, mein Fastbütchen, aber danach bin ich runtergefallen. Komm, leg los. Tobi, wir müssen in die Mitte. Ehrlich. Ja, ich hab dich als Freund. Los geht's. Du willst mir jetzt als Freund angezeigt. Ja, toll. Ja, ne? Ich gibt das Problem. Einwärt mich im Arsch. Das Problem ist, die Minimap, die ich mir dazu installiert hab, ähm, ups, die ich exakt über diesen Gold anzeige und so. Kannst du ja umstellen. Tobi, ich brauch deine Hilfe jetzt hier langsam mal. Die boxe mich ja schon. Ja. Ja, der eine hat mich runtergeboxt. Werde ich jetzt auch kriegt? Der baut sich auch hoch. Doch nicht. Der hat mich auch runtergeboxt. Torsten, der kommt, der kommt, der kommt. Ja. Er will mich austricksen. Er baut sich hoch. Boah, loi. Loi, what? Nice. Ich würde mal sagen, ich hab ihn professionell abgelenkt. Ja. Warum hatte ich einen Spitzhack im Inventor? Ich hab mir nur gar nicht die da hingeworfen. Achso. Okay, chillig. Worte ist krass schon mal. Dann lass uns mal weitermachen. Ja. Wo waren wir, oder? Du wolltest wenigstens stehen geblieben. Wie so Hüppel-Klern oder so. Ja, genau. Ist ja einfach so eine Pew. Alter, das sieht ja krass aus, wie sich die Items hier drehen. Boah, Junge. Daraus mach ich eine Timelapse jetzt hier so. Woraus. Warte. Wie sich das Item so dreht. Hier, achte. Der Block. Pass auf, guck. Siehst du es? Hier. Ja. Okay. Jetzt hinter dir, bitte. Gott, dammit. Das funktioniert aber heute auch nicht. Ich brauche einen Rückschussknückel. Ich habe ihn übrigens. Ich weiß, das habe ich gesehen. Von unten. Ah, ja genau. Das wollte ich noch machen. Die Render Distance hattest du mir etwas sagen. Ja, genau. Weil dann spawnt man wesentlich schneller. Habe ich mir... Ich... Worum ist das denn da? Ich habe mir so richtig krasse PvP-Tipps überall angeguckt. Auf acht. Okay. Auf was hast du dein... Ähm... Ähm... Der FOV? Ach, das habe ich nochmal. Also ich finde, in Bedroos brauchen wir kein... Leg mich doch am Arsch. Er hat mich runtergeschossen. Brauchen wir kein Craig Pro. Weil... Wozu braucht man das im Bedroos, ne? Wozu braucht man das generell? Nur so als Frage. Ja gut. Ich meine... Warte mal. Ich... Schadet wahrscheinlich... Ich stelle mir das mal auf 90. Das finde ich komisch an. Ich stelle mir das auf den Wake Pro. Das Bogenschießen macht das irgendwie komplizierter, finde ich. Weil man halt so weit... Also das ist Gewöhnungssache, Leute. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich das mal höher stelle... Ich mach das. ...lässt sich das bestimmt machen. Aber erst mal... Tobi, ich habe übrigens die Mitte, deswegen wäre jetzt... Ja, ich bin neben dir. Wann spawnt das nächste Gold? Ich sehe das... Ähm... Eine Sekunde jetzt. Rot, rot. Gold ist da, ich hole Gold. Ich habe drei Stück. Ich brauche nur noch eins. Wenn ich wüsste... Hier, okay. Ich renne zurück. Okay, da darfst du ruhig doch. Du hast vier Gold? Ja. Das nächste Spawn in 20 Sekunden. Boah, das ist echt geil mit diesen... Mit diesen Timern. Probier mal zu Rot. Alles klar. Wir sollten uns auch mal zum Eisen bauen, muss ich sagen. Also wenn du stirbst, dann hast du die Missionen einmal kurz im Weg zum Eisen. Alles klar. Ja, dein Kranrot kommt jetzt. Ja, ich passe auf, ich habe einen Bogen. Ich habe mir auch unten in der Inventarliste noch Anzeigen... Er ist runtergefallen. Wie viele Pfeile ich im Inventar habe. Das finde ich auch cool. Steht jetzt nur eine Eins, aber reicht ja auch. Er hat einen Bogen. Ich glaube, ich habe ihn runtergeschossen. Ich kann es nicht. Ich glaube, hat er den Bogen? Ich habe ihn tot. Ich habe ihn tot. Ich habe ihn tot. Was hast du gemacht? Fastball-Württchen? Ich habe es probiert. Ja gut, das ist versuch geblieben. Ich probiere das jetzt mal... Oh, das war der Falsche. Ich probiere das jetzt mal nicht mit einem Bogen. Nee, bitte nicht. Dafür kann ich das noch nicht gut genug. Aber ich kann das hier schon, dieses... Hat jetzt nicht funktioniert. Aber ihr wisst, was ich meine, Leute. Dieses Eckigeln. Der Rote kommt, Tobi. Oh, ja. Ja, war ein bisschen zu spät. Ich weiß. Ja, du kriegst den da. Ja, der baut sich jetzt da ein halt. Ja, dann rushe ich den. Aber das war leicht zu spät. Okay, ich habe ihn. Nice. Ja, ich habe halt noch Blöcke abgebaut, die ich in unserer Base wahllos gesetzt habe. Ich glaube, das war mein Fall, der von dem Block runtergefallen ist. So, ich brauche mich weiter. Bleib du mal. Ja, ja, ich bleib mal hier auf der Mittelbase. Junge, ich finde das so krass, wie sich diese Blöcke drehen. Ich mag den Mod tatsächlich. Ich auch. Ich hoffe, das war ein Roter. Ich habe ihn eh nicht getroffen. Alles klar. Läuft bei mir. Und was ich auch geil finde, ist hier diese über den Hunger hinaus Anzeige, sage ich mal. Ach, die gibt es hier bei Hum? Ja. Ich habe übrigens 21 Eisen. Kauft ihr doch schon mal was. Alles klar. Ja, damit. Danke. Rot ist in der Mitte. Ja. Geht nach Blau. Nach Moment. Oh, Handy. Akku fast leer. Ich muss nur noch umstellen, dass man anstatt wie viel Prozent von der Rüstung noch funktioniert, also Heide sind, dass man sieht, wie viele Schläge die noch aushält. Muss ich nochmal gucken, wie ich das umstellen kann. Blau holt sich jetzt gerade Gold. Ich hole mal eine Kiste. Blau holt Gold. Schieß dir mal bitte auf den Weg ab. Okay, ich versuch's. Oh, er ist stehen geblieben, Junge. Nein. Ja, nicht getroffen. Nein, ich habe einen roten. Das ist nicht so cool. Junge, ich möchte diese scheiß Minimap da weg haben. In der Sekunde spawnt Gold wieder. Das hat der Blaue jetzt gleich. Ich guck mal, wenn wir den da hinten an. Ich hoffe, wenn es geht, dass du den triffst. Okay, der Blaue da hinten will sich jetzt, glaube ich, zum Eisen bauen oder so. Auf jeden Fall hat er Blöcke in der Hand gehabt. Ich probier mal von unserem Eisen aus zu rot einfach zu wählen, ne? Ähm, ja, kannst du mal machen. Ich versuch mal den. Okay. Neverman. Der Rot hat den Bogen. Oh, jo. Ich versuch den zu treffen. Ja, hab ihn. Den Roten? Ja, ist tot. Der Blaue hat noch den Bogen und der schießt auch schon fröhlich auf mich. Ja, das ist okay. Alles klar. Ah, weiß nicht. Den Roten da oben in der Mitte versuch ich auch mal. Alles klar ist unten. Ach, du bist da. Okay. Einer kommt zu dir. Ja, kannst du den runter schießen, der Bödel? Ich versuch's, ja. Ah, der Fast Bridge ist bridged. Fast Bridge, halt, den kann man so schwer dann treffen. Nee, ich hab getroffen. Lol. Irgendwas hab ich getroffen. Ja, den Roten. Den anderen aber. Ah. Auf den hab ich nicht gezielt. Nee, den erreiche ich, der ist schon zu weit weg, glaube ich. Oder? Jetzt vielleicht? Ah. Junge, der baut sich viel zu schnell. Schieß's mal. Schieß's mal. Ja, ich versuch's. Da kann man nicht mehr ziehen, so weit weg ist das. Ich steh halt in... Der ist ein krass in Pink. Ich steh halt in unserer Base. Ja, der kriegt auch einen Ohren und Pink, Mann. Der rusht zu uns. Ja, ich, 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 pass auf. Du hast nichts getroffen, wolltest du sagen? Ja, guck, wie weit ich weg bin. Nein, nein, alles gut. Chill. Jetzt aber, komm. Oh, jetzt baut ihr da wieder... Oh, hab ich mich erschrocken. Der blaue Schieß auf mich. Aber alles cool. Junge, du willst mich verarschen. Jetzt kann ich's nicht mehr auf die... Tork, du kriegst den. Ja, ich hab ja genug Rüstung dafür. Alles klar, hab ich ihn. Das war noch mit dem Bogen. Oh Mann, der blaue geht mir auf und sagt, der steht bei deren Eisen. Ich schieß den jetzt mal ab. Tobi, ich leg mal den Bogen in die Kiste. Ich möchte jetzt mal... Äh, achso. Äh. Junge, leg mich doch am Arsch. Was tut der denn? Ja, Vorsicht. Rot kommt wieder einer. Okay, ähm, ich bleib am Bett. Mit meinem Nahkampf-Scheiß. Ja, der... Der tilgt mich. Ja, ich will jetzt nicht die Rüstung abfahren und so, weil der Blau schießt mich ab, wenn ich da hingehe. Ich pass auf... Okay, ich bin bei dir. Ich pass auf, dass er nicht hinkommt. Das würde ich nicht machen. Der blaue hat einen Bogen. Der zieht mir kaum nebenan. Ja, aber Rückstoß. Weißt du? Nicht, dass... Hat der den besten Bogen? Na, weil... Nee. Aber trotzdem. Na, zweitbester. Ist das aber mein Bestes? Ich hab halt Angst, dass du darüber gekickt wirst. Ich mach mir doch Sorgen, Tobi. Junge, der geht... Okay, er geht weg. Okay, er geht weg. Nochmal. Warte, ich... So, der... Muss dich decken? Oh, leu. Der Blau zieht sich zurück. Ich geh in die Mitte. Nee, geh zu Rot. Lass zu Rot. Sicher? Ja, okay, dann geh ich zu Rot. Bleib du in der Base, Tobi. Okay. Ich mach das. Wenn die keinen Bogen... Wollen wir das mit dem Bogen irgendwie zu helfen? Ja, wenn die keinen... Wenn die keinen Bogen haben, dann sollte das relativ... Gut klar gehen. Einer hatte ich gesehen. Jo. Treff ich? Nö. Nö. Ja, Vorsicht. Der kommt zu dir. Der ist direkt neben der Tour. Ich weiß. Na, es gibt auch noch ein Blauer. Also ihr könnt jetzt gemeinsam das Bett von den Russen... Na, ich lass den Blauen vorkommen. Oh, wow. Das war krass. Was denn? Wir haben uns beide gegenseitig wieder auf unsere Blöcke geschlagen. Aber du bist nicht tot? Nein. Okay, ich halt dann jetzt die Mitte. Junge, willst du mich verarschen? Wir kriegen beide kein Knockback irgendwie. Hä? Was geht hier ab? Okay, ich hab ihn. Nice. Komm schon. Junge, willst du mich verarschen? Nein. Ich bin tot. Ich hab... Äh... Den Block abgebaut und es hat nicht funktioniert. Äh, also. Es hat funktioniert, aber ich hab den... Ich war noch einen Block vom Bett entfernt. Okay. Nevermind. Das war's von Rot. Ich renne zu Blau. Ja, weil wir werden... Vorsichtig, ich bin hier hinter, bitte. Nicht den Bokar ausbauen. Ja, ja. Sag mal, wenn er auf dich schießt, weil dann kann ich zu uns zurückrennen. Ähm, ich hab jetzt nur Angst, dass der Blaue aus der Mitte kommt. Zu uns. Warte. Der kommt, der kommt. Okay, ja, das... Äh... Ah, der ist da oben noch. Alles cool. Ich hab vier Gold, das bring ich mal nach Hause. Wobei, ich warte noch auf die nächste Fuhre eigentlich. Okay, ich hab den Blauen in der Mitte tot. Oder ist das gefährlich? Nee, mach nicht. Ich hol jetzt neues Gold. Blaue einer. Ich hab 20 Gold. What? Chillig. Äh, achso, meinst du zu uns nach Hause durchrennen? Ja. Ja, das auf jeden. Nice, geschafft. Okay. Ja, das war klar. Äh, ja. Ich hab auch noch mal acht Gold. Ich hab auch noch mal acht Gold, das bring ich eben nach Hause. Und dann können wir blau halten. Ach, Rot leben auch noch zwei. Pass auf. No. Nein. So viel zu, jetzt kann ich in die Mitte. Was ist passiert? Ja, ich bin einfach neben den Weg gesprungen. Oh, das war unnötig. Nichts Besonderes in dem Sinne. Ich bring noch mal drei Gold nach Hause. Das ist eine... Äh, einer kommt hinter mir, Tobi. Ja, die wollen uns, glaube ich. Gut. Hol dir mal einen Bogen. Oh, das wird knapp. Nein, nein. Doch, wirklich. Doch, jetzt kommen sie. Die haben... Okay, ich hab einen Bogen, aber... Äh, nur den Einser, nur den Einser. Ja, du rennst in meinen Weg. Okay, ich schieß den da um. Ich hol mir auch ganz schnell einen Bogen. Ja, mach das. Hol den Besseren. Hol den Besten. Fuck. Okay, ich hab die erstmal zurückgehalten. Alles cool. Glaube ich. Ich glaub, die sind in der Mitte. Warte, der Blaue hat den Bogen da. Ah, ne, der ist da hinten. Okay. Ich bin mal ein Einser. Ich hab ihn getroffen. Oder noch nicht? Ne, ne, noch nicht. Okay, dann haben wir jetzt noch 13 Gold erstmal. Okay. Ich versuch den Roten da zu treffen. Ja, bleib safe. Der Blaue schießt auch. Ich bleib safe. Ich hab den Roten zweimal getroffen, aber er ist nicht runtergeflogen. What? Hier ist noch eine Rotter. Loy. Das kam überraschend. Tobi, hier ist noch. Robin? Ja. Ich baue den Weg wieder auf. Du musst spannen und ich baue auf. Ich sag dir Bescheid. Nochmal. Bau auf. Ah, ich baue da um. Nochmal? Dreimal getroffen. Ja, nochmal. Aber nicht voll. Das waren immer nur die... Ich hatte ja einen Bogen. Bin ich behindert? Na, egal. Yes. Sehr schön. Das war nicht so klug. Du kannst Eisen holen. Hol Eisen. Mach ich. Kommt da einer? Tobi, ich glaube da kommt einer. Ah, blau. Okay, ich versuche den zu kicken. Schießt. Ja. Ach, Mann. Jetzt schießen ab, schießen ab. Ja, ich kann nicht. Ich muss Rüstung holen. Egal. Ich hab ihn tot. Der Blaue mit dem Bogen. Rennt in die Mitte. Shit. Der ist durch. Der Rotteile ist auf dem Bogen. Sondern ich brauch jetzt Eisen. Ja, ich geb dir. As much as you want. Hier. Schön. Und zack. Bisschen was zu futtern für den Torben. Schönes Schweinefleisch. Schnitzel, Junge. Ich guck mal, ob ich vielleicht den Blau mit dem Bogen kicken kann. War der Full Equip oder? Nee, das ist... Oh, der Rote ist hier. Okay, er rennt nach Hause. Da ist der Blau, der rennt wieder. In die Mitte? Jo. Kriegst du den? Nee. Aber ich renne jetzt auch in die Mitte. Er hat ein Schwert. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Pass auf, Tobi. Der ist jetzt nicht mehr auf mich fokussiert. Hm. Ja, fuck, die pushen mich. Dann renn zurück, Junge. Du hast den besten Bogen. Den darfst du nicht verlieren. Hier seid ihr, Mai. Jo, jo, alles cool. Das ist doch der mit dem Bogen. Ich hab ihn. Beide? Nee, den einen mit dem Bogen. Er ist ein Erzbogen zu Hause gelassen. Ich denke, er hat ihn zu Hause gelassen. Ich denke auch, weil sonst hätte er einen relativ dummen Push gewusst. Du musst mal irgendwann den Bunker abbauen, bitte. Den Bunker abbauen, alles klar. Ja, mach ich. Ich bau ihn ab. Warte. Der Rote schießt. Ich bau mal hier alles ab, ey. Ja, hier ist der Blaue. Ja, 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 der ist hier. Ich bau den Weg frei. There you go. Nee, ich kann nicht da ein Bier essen. Oh, ich Junge. Okay, er geht oben rum. Ah, nein, ist noch nicht tot. Nein, der ist noch nicht tot. Jetzt kommt er da oben. Okay, ich hab ihn. LoL. Was ist das Wolle? Jetzt hab ich den Roten. Leider, der Rote müsste in der Mitte sein. Ja, ich bau jetzt hier erstmal den Bunker ab, ey. Wer hat das überhaupt gebaut hier? Aua. Ja, komm, ich hab doch nichts. Soll ich mir machen? Ich überlege halt, ob ich ihn abschießen soll. Aber ich glaube, das mach ich mal. Das nutze ich mir. Ja. Ja, vor allem, weil der wahrscheinlich auch wieder Gold hat. Ordentlich. Ich glaube, ich bau mal hier eine kleine Falle rein. Pass auf. Direkt nach... Okay, jetzt ist er echt eine große Gefahr. Den solltest du töten. Wenn er da hinrennt. Der rennt da hin gerade. Der rennt zu blau. Nee, der rennt zu blau. Dann lasse ich. Ja, nein, töte ihn. Blau ist alleine, Tobi. Ehrlich. Der ist eine viel zu große Gefahr. Der ist allein. Ja, ich... Treff den so nicht. Warte. Geh mal mal zwei Sekunden. Ähm, ich werde... Geh in die Mitte, Tobi. Geh in die Mitte. Die Mitte ist clear. Ich werfe dir viel Gold dahin. Ich gehe gucken, dass ich den Roten töte. Von hinten. Okay, hab ihn. Hast du ihn abgelenkt? Ist der Rote tot? Ja. Äh, nee, ich bin gestorben. Oh mein Gott. Das ist doch knapp. Okay, tschuldig. In zwei Sekunden spawnen neues Gold. Ja, ich... Die Runde ist aber ziemlich gut. Ja, die ist echt ziemlich spannend eigentlich. Ja, blau in den Bunker. Dann brauche ich jetzt auch keine Falle mehr. Ja, ich komme auch nicht. Ja, hol dir auch gutes Equip. Hol dir gutes Equip. Ja? Ja, ja. Okay. Du brauchst keinen guten Bogen, aber ein gutes Schwert. Ja, ja, ich hole mir. Ich habe jetzt nochmal Gold geholt. Ich komme. Ah, warte noch. Fünf Sekunden, dann kommt neues Gold. Ich habe das Leben. Sonst ziehe ich zurück in die Mitte erstmal. Ah, stirb. Okay, der ist low. Also der ist richtig low. Ich habe sich irgendwo in den Bunker bauen. Jo, mach das. Ich hole mir Equip und dann komme ich. Dieser Timer ist echt gut. Noch mal getroffen. So, kann man dann mal gucken, ob es sich noch lohnt, schnell in der Mitte zu bleiben oder zurück nach Hause zu gieren. Das wollte ich sagen. Das ist ein gutes Schwert. Und komm, um mir jetzt richtig fertig zu machen, Enderperle. Ja, guck mir, gönnt sich. Ja, das ist aber praktisch. Und du jetzt ein Enderperler hast. Ja, ich weiß, du kommst jetzt nach vorne, killst ihn gleich und ich mache hinten sein Bett kaputt. Das wird relativ easy, muss man sagen. Okay, Essen habe ich auch und los geht's. Das wird witzig. Er wird null damit rechnen. Das wird schon eine Enderperle. Also, was heißt jetzt schon, aber, dass wir halt Enderperle, eine Enderperle haben. Stärke ist getrunken. Okay, ich komme, ich komme. Okay, bin direkt an seinem Bett. Die war nice geworfen, muss man sagen. Leute, er kombot. Oh, er kombot echt, aber ich hatte ihn. Dank Stärke trank. Nice Runde, Leute. Und die war gar nicht gut. Sie ging 20 Minuten lang. Das war eine schöne Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.